Yeah, ich dachte mir, der Herbst ist so schön, wir können hier so schöne Wanderungen und Spaziergänge machen und ich mache mal diese Woche keinen Laber-Vlog, sondern ein Wlöckchen. Und in diesem Wlöckchen nehme ich euch einfach mal mit auf diese Wanderung, zeige euch ein paar schöne Impressionen und nächste Woche gibt es dann wieder Gelaber. Und ja, ich will auch gar nicht länger labern, ich wünsche euch viel Spaß beim Wlöckchen, beim ersten Wlöckchen und du hörst auf, Gras zu fressen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.